Willkommen zur Postenaufteilung in Schleswig-Holstein. Hier machen die Fraktionschefs noch persönlich aus, wer Spitzenpositionen an den Top-Kontrollinstitutionen in unserem Land besetzen darf, am Landesverfassungsgericht, wer Präsident des Landesrechnungshofs besetzen darf, den Datenschutzbeauftragten und so weiter. So, auf die Plätze, fertig, los. Einer, ich will den nächsten Landesrechnungshofspräsident werden. Gebt mir den Posten. Ich bin schon so lange Parteimitglied, ich hab mir das jetzt verdient. Aus, aus, das Spiel ist aus. Ach, meins, meins, das möchte ich haben. Hier, hier, Präsident, an den Vorfassungsgericht für den Datenschutz. Und ich bin der Präsident, ist das nicht so. Wir können hier die Vizepräsidentin, die über den Datenschutz tauschen. Nee, den können Sie behalten, den will ich nicht. Aber ich hab den Rektor hier. Ja, ich hab den Rektor hier. Also, das ist ja unglaublich, wie das hier zugeht. Da wird ohne jede öffentliche Ausschreibung einfach von den Parteien Posten untereinander aufgeteilt. Das geht ja gar nicht. Ich fordere Ausschreiben, Ausschreiben, stopft die Postenschieberei. Nein, aus, schreiben, aus, schreiben, stopft die Postenschieberei. So geht das nicht. Sie schränken hier Persönlichkeitsrechte ein. Ich muss mich hier für den Landtag entschuldigen. Ich spreche ein Wort in den Stufen auf und setze Ihnen ein Wort auf. Das ist ja unglaublich. Also, ich werde es nicht verklagen, Herr Präsident. Das geht ja gar nicht. Sie wollen mich mundtot machen. Ich bin wirklich gut. Ich werde immer dann warten.